hey du deine suche hat ein ende ja du denn hier bist du genau richtig warum ist doch logisch du bist hier genau richtig weil dir dein gameboy damals immer zu wenig 3d geboten hat und du ständig versucht hast dieses grüne hässliche bild mit dem kontrastrad zu verbessern aber mal ehrlich hat das jemals jemand von uns geschafft du bist hier genau richtig weil du immer mehr wolltest du wolltest nicht flach spielen nein du wolltest die tiefe des spiels erleben na gut die anfänge dieser technologie die wand schon etwas naja eigenartig doch dann wurde es besser denn du wolltest mehr du wolltest virtual reality und das hast du auch bekommen aber mal ehrlich diese anfänge ging ja auch ganz schön in die hose aber jetzt jetzt ist die technik ausgereift und jetzt gibt es richtig geiles wie ok vielleicht bist du jetzt etwas älter aber jetzt hast du wenigstens das nötige geld um dir die sauteuren brillen zu kaufen und für diese brillen willst du natürlich auch spiele spielen und diese spiele die findest du hier auf meinem kanal ich zeige wöchentlich die coolsten spiele der we are und auch die schlimmsten flops damit du sicher sein kannst dass du das richtige für dich kaufst